Die Geheimnisse der Tiefsee, die unbekannten Wesen Heute tauchen wir tief in die geheimnisvolle Welt der Tiefsee ein und konzentrieren uns auf einen kleinen Teil von unbekannten Wesen. Von bizarren Kreaturen bis hin zu faszinierenden Überlebenskünstlern wird dieses Video die verborgenen Geheimnisse der Tiefen des Ozeans aufdecken. Haben Sie sich jemals gefragt, was in den dunkelsten Ecken des Meeres lauert? Nun, machen Sie sich bereit und staunen Sie, während wir das Unbekannte erforschen und Licht auf die außergewöhnlichen Wesen werfen, die die Tiefsee ihr Zuhause nennen. Von Wal bis hin zu Riesenkaimaren ist die Tiefsee eine Fundgrube einzigartiger und bizarrer Lebensformen. Am Ende dieses Videos haben Sie ein tieferes Verständnis für die unglaubliche Vielfalt des Meereslebens, das in der Tiefsee existiert. Dir hat der kleine Blick in die Tiefsee gefallen, dann gib ein Daumen-Hochzeichen. Große